Keine Schüchternheit vortäuschen, wo soll die Fahrt denn hingehen? Du bist der... Andreas, Markus Thier, Sascha, Rudi, Alilia, reden wir noch mit der Martina. Das fragt mich nie jemand, das ist lustig. Dein Job bei Audi ist... Ist Entwicklung Thermomanagement. Funktionelle Sicherheit bei EA. Ich bin Leiter der Fahrzeugprüfstände bei Audi. Audi bedeutet für dich... Ja, ich muss fast sagen, ein Zuhause, weil wir doch sehr lange hier auch arbeiten. Beste Firma der Welt, beste Produkte der Welt. Audi hat für mich relativ starke Bedeutung, ich bin mit Audi aufgewachsen. Audi erinnert es für mich, in Urlaub fahren mit den Eltern und die erste Klimaanlage im Auto zu haben. Das ist Audi für mich. Für 2020 wünschst du dir... Dass es so weiter gut geht, wie es gerade läuft. Ich wünsche mir, dass wir so weitermachen, wie wir angefangen haben, dass wir konsequent durchziehen, was wir uns vornehmen. Genauso spannende Aufgaben wie heuer oder noch spannendere und vor allem ein bisschen mehr Ruhe. Dass wir uns wieder auf das konzentrieren können, was wir eigentlich gut können, nämlich Autos entwickeln.